Ich habe die ganzen Lösungen einfach im Gedächtnis abgespeichert. Da haben wir so einen extra Ordner mit Portals 2. Lasst uns jetzt das Brückenbauen üben. Die Menschen hatten hier traurige Ergebnisse, vor allem weil man mit Tränen keine Brücken bauen kann. Hoho, das hat immer so assi Sprüche, die Tante. Dennis hat gerade gesagt, das ist das Brückenbauexperiment und Menschen haben damit immer traurige Erfahrungen gemacht, weil man mit Tränen keine Brücken bauen kann. Ey Duncan, jetzt hast du mich ausgeschlossen, du Arsch. Ich habe mich eingeschlossen. Warte, was wollte ich gerade machen? Ich wollte das hier machen, genau. Hier kann man jetzt nämlich... Oh, what the fuck, ich war gerade im Unnetz. Da und jetzt sind nämlich hier allerdings die Roboter. Das heißt, du musst dein Portal dahin setzen. Und ich setzt meins dahin und du setzt deinen Lukeblaus dahin. Ah, ha, ha, ha. Glück gehabt, nochmal. Mein Gott. Oh, die haben mich auf mich geschossen. Ja, du musst dein... Du musst dein... Hast du dein Portal noch? Ja, habe ich hier hingesetzt. Ah, okay, gut, sehr gut. Ich muss zu deinem Ziel hin. Und da hin. Geh weg! Oh, jetzt muss ich dich abholen kommen. Mit Menschen wäre das ein erfolgreicher Test gewesen. Lauf mal durch jetzt. Ja, warte. Ja, super toll. Wie soll ich denn da jetzt durchlaufen? Warte, lauf erstmal... Jetzt, äh, lauf... Stell dich ganz an die Wand ran. Warte, 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 warte. Nein, du musst andere Seite. Andere Seite. Andere Seite. Ganz an die Wand ran, du musst... Mach nochmal an die Wand ran. Lauf da an die Wand ran. Nein, mach... Lauf da an die Wand ran jetzt. Setzt nochmal da hin. Ja, jetzt bist du auf der falschen Seite. Ja, jetzt kann ich einfach hier durch. Ja, gut. Oh Gott, so... So, jetzt setzt du deins hier hin. Ja, ja, ich weiß schon. Alter. Danke. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ach stimmt, jetzt kommen jetzt die ganzen Karten, wo man die Roboter davon abhalten muss, einen abzuschießen, ne? Sehr toll. Ach so, okay. Ich dachte grad, weil ich dich grad selbst gekillt... Äh, weg da. Du musst jetzt diese schräge Wand aber noch von uns so safe nehmen. Aha, warte. Von wo? Von da nach... Hier, wo wir gespawnt sind, glaub ich. Oder? Ne, geht nicht. Nee. Nee. Ja. Sehr schön. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo wir hin müssen. Das ist mir jetzt grad auch nicht so sehr bewusst. Da schießt gleich auf mich, ja. Ja, wir müssen... Ja, wir müssen da hin. Nee. Echt? Und da müssen wir einen Ball reinsetzen. Da ist ein Knopf. Und da ist das Ding. Na ja, da ist der Knopf, danke, das habe ich auch schon gesehen. Was ist denn da genau? Oh, nee. Das wollte ich jetzt nicht. Achtung mal, dann setze ich mal ganz kurz das rote dahin. Wow. So. Das haben wir getrennt voneinander. Ich... Äh... So. Dankeschön. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Oh. Mein Fehler. Äh... Das ist einfach so zahl unnötig, diese dreifach Überbrückung. Oh. Ah, ah, weg, 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 weg. Alter, wie soll man da rüberkommen? Ich weiß, da haben wir wahrscheinlich beim ersten Mal nur zwei Minuten gebraucht. Man kann ja so eine Portale nirgendwo hinsetzen, das ist ein bisschen scheiße. Ah, warte, warte, warte. Hm. Du musst deine Taten... Nee. Nee, das geht ja nicht. Das blick ich gerade echt nicht, ne? Ich hab keine Ahnung, wo ich das Portal hinbauen treff. Dennis, hilf uns mal hier. Ich hab keinen Plan vom Portal. Oh, ich bin... Wir sind so blöd. Wir sind so blöd. Also, das ist kein Plan. Philipp. Ich bin nicht so gut da drin. So. Jetzt gehen wir einmal da hin und da hin. Da durch. Ziehen wir nämlich hier rein. Hier haben wir... Ach, hier ist ja ne weiße Fläche. Ja. Genau. So. Und jetzt kannst du da das Ding hier hinbauen. Gott, ist das dämlich. Ja, okay, gut, das ist natürlich. So. Jetzt nehme ich einmal kurz das Gelbe weg. Guck auf den Knopf. Und jetzt verstehe ich wieder hin. So, einfach knapp. Ja. So. Aber es hat funktioniert. Ja, ich weiß auch gar nicht, ob es eine vorgesehene Lösung war. Weil es halt doch sehr riskant war. Aber... Und gehen zurück. Und da oftmals gibt es auch mehrere Lösungen. Ja. Diese Tests für nicht sinnvolles zu gebrauchen sind. Also wer hat schon im echten Leben Portalkanonen? Ich mein, wäre schon geil, aber... Ja, wäre auf jeden Fall ziemlich geil. Also Aufzug, nee, brauche ich nicht. Ja, das ist hier oben ein Portal hin und dann die andere ran. Dann gehe ich da durch. Ja, das ist sehr gut für die Fitness. Ja, alle fetten passen nicht nur durchs Portal durch. Braucht man runde Portale. Ja, die war halt so. Sag doch nicht. Die Dickens da. Diese Frau aus dem Spiel. Du siehst aus wie ein wunderschöner Adler. Ein fetter, fetter, wunderschöner Adler. So liegt menschliche Angst. Der Geruch fehlt mir. Und irgendwann sagt die auch nochmal so, flieg Adler, flieg. Das ist so cool. Die verarscht einen immer so ultra hart. Okay, wollen wir mal sehen. Kann der einen hier sehen? Ja, kann der. Ach, Tabulator falsch. Kann er schießen? Ne, kann er nicht. Kann er nicht schießen? Ne. Oh, doch. Genau wohl. Ach so, er meinte er kann da nicht schießen. Äh, danke. Ja, genau. Ja, genau. Schön. Dann wollen wir mal sehen. Genau. So. Nein. Und. A. Nein. Ah, genau. weg 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 Entschuldigung ich dachte man könnte den da schubsen kann man eigentlich auch aber... Bis mal da und dahin da und da oh 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 fuck quatsch Achso ich weiß wie ich weiß ja bis nach oben komm mal kurz zu mir gleich ich muss das Portal nach oben setzen dann ne ich hab schon ein Portal nach oben gesetzt ne ich muss einfach mit der Seite wenn wir da oben geschützt sind nein nein du brauchst nicht wir haben die ganze Schonden jetzt hast du das Gelbe weggenommen du Arsch ich bin drüben ich nicht du Arsch sorry und ich? ja du hast jetzt Pech gehabt ne ich muss mir grad hier was ausdecken und ich will zurückkommen ansonsten muss ich mich hier umbringen oder kann ich da auf der Brücke drauflaufen Tatsache nein Tatsache nein jetzt kannst du mich vielleicht mitnehmen dieses Mal ich äh könnte ich mir überlegen so jetzt geh schnell hoch und ich geh auch hoch ich bin gleich tot gut gut das heißt dann jetzt da und da und 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 ah ich hab mitgenommen da ins Wasser reinwerfen hier hui schwimmen hui ich geh schwimmen ja hat er das gesagt? ja haha ah ja die schönen Tests wir sind noch nicht mal bei diesen Beschleunigung scales und sowas angekommen ne ne das kommt noch in Level 4 und so ich würde sagen wir mit dem Level durch dann machen wir auch nochmal kurz ne äh portal 2 Pause wir wissen ja jetzt dass das speichert äh kann der morgen auf jeden Fall noch weiter attacken das? ah ja genau oh guck mal da geht immer kurz was auf der Test der war auch sehr schön scheiße warum muss man nochmal machen ähm man muss die einzelnen runter schubsen glaube ich und zwar kann man nämlich glaube ich ne kann man nicht das darf ich nicht danke oh verdammt zu hoch zu hoch zu hoch toll Orange ist wieder da testen wir weiter hehehehe 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 oh man hm ich hab grad einen Plan wenn man was machen soll geht der grad durch den durch? da solltet ihr noch eigentlich runter schubsen also ich kann auf jeden Fall hier schonmal nicht drauf stecken das war irgendwas mit Bällen man muss irgendwelche Bälle werfen oder so ja das... hier kann man Bälle rausholen siehst du das? wo? hier kann man Bälle rausholen da auch hier ist ein Katapult auf jeden Fall auch wo ist ein Katapult? da über dem Trichter von den Bällen man muss die Bälle gegen die fliegen da gegen dieses Ding und dann muss man äh wie werden die Bälle denn aktiviert überhaupt? wo ist denn hier ein Knopf? da ist ein Ding das ist verbunden mit da oben irgendwas ich geh mal da rüber ich guck mal hier drüben was hier so abgeht da ist ein Knopf okay da muss ich irgendwie hin ähm und zwar komme ich da hin indem ich ach ja mach das mal lass das mal da offen da oben so ich jetzt jetzt geh ich mal hier durch so Peter jetzt werde ich die Typen einfach mal alle killen indem ich das das und das zum Beispiel ja funktioniert wunderbar dann muss ich den hier noch irgendwie jetzt musst du kurz ist die Frage wie komme ich da jetzt dran jetzt musst du kurz da ist auch noch eine eine Fläche ja da kann ich ja nicht hin weil da eine Glasscheibe ist das ist durchaus logisch ja aber ich kann jetzt äh kannst du da hin gehen ne? Moment ich komme nicht mehr zurück hier ist kein Portalweg mehr also ich nur durch umbringen so das heißt dann muss ich jetzt mal kurz überlegen äh ja das heißt da muss auch so ein Ding hin ja ok doch geht klar klar dann mache ich nämlich jetzt so so und so und drücken auf den Knopf bitte jawoll und gleich nochmal mal sehen ob das jetzt das erreicht dann genau ein bisschen zu tief das heißt versuchen wir mal so das gelbe Portal ein bisschen höher setzen hm ne das gelbe Portal ein bisschen tiefer setzen das gelbe Portal ein bisschen tiefer setzen tiefer kann ich nicht geht nicht? doch geht jetzt jawoll so und jetzt musst du du das ich muss ich dir so einen Würfel rüber geben damit du das aktiviert lassen kannst ja das kann sein jetzt muss ich quasi ah ja ich ich ja genau so ja 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 ne ach so na klar weil Ich hab sogar Kakaobohnen gefunden vorhin, Ravi Oh ja krass, dann kannst du voll egal von der Top, ah, Kakaopontage Ja, aber nur 5 Stück Ich hatte grad an, gibts den Portal, 2 Kakaobohnen aber, haha, noch ein bisschen Oh Gott, wir haben es geschafft Komm, mach die Tür auf Hätte ich diese Tests reparieren können, wärt ihr mit Sicherheit gescheitert Die kann ich ja gar nicht, wie kann ich die denn zusammen machen Die kannst du glaub ich so einfach einperzen Nee, geht nicht Musst du mal googlen Ich hab ja auch noch nie benutzt, ich hab ja nie ein Survival gespielt Hast du nicht Survival gespielt? Nö, jetzt wird's auf dem Server dann, noch nie Okay Wieso sollte ich auch, ist doch voll der Aufwand Oh Gott, wo das kann man sich alles direkt Mach das so, muss man nichts jetzt abbauen Ja Atlas Wie heißt meiner eigentlich? Fettsack, achso, ne Fick ich Weiß ich nicht Ja, ich bin der Fettsack, ne Achso, ich brauch Tropenholz, um die anzubauen Musst du einen Dschungel finden Naja, den hab ich auch nicht weit weg von mir Das muss ich probieren Ich hab hier alles Sehr gut Sehr gut Ich hab hier alles Dann brauch ich erst keine Rappen Ist auch gut Ist gut wie auch gut Das war ein Versehen Vielleicht legt ihr sie wieder ein Das Level ist wieder vorbei Weil wir haben Eine Sicherheits-DVD Ah, jetzt mein Tab spinnt wieder rum Hier Kündchen Ich muss ja wieder provisorisch einklemmen mit einem Stück Papier Mit Papier? Ja Ja, wie denn sonst Ja, nur so Nur so Ja, wie denn sonst Ja, keine Ahnung Ah, ich hab ja hier Ich glaube, ich würde das mit Papier einklemmen Aber kann es sein, dass das gleich das Level ist Wo man irgendwie wieder zusammen klatschen muss beim Springen Das kann sein, aber ich finde mich hier gerade nicht so wirklich zurecht Da muss man ein Laser-Ding Da muss man so ein Ding einbauen, genau